Schnee, was meinst du? Paradies da heute Jetzt sind wir auf dem Weg nach Manang für 2 Stunden hier oben ist der Annapurna 3 7555 Meter das ist einfach für mich es schmeckt wie wie am Strand weil da hat Sand Pinienwälder und Sonschein das ist zwar eigentlich wie alle Wind aber der Geruch ist einmalig und die Aussicht ist einfach ich meine dort hinten gehen wir dort um La Paz 5400 Tschüss